unwiderstehlich weiblich sinnlich kraftvoll frau sein der online event für glückliche und erfüllte beziehungen am sonntag geht schon los und wenn du lust hast unwiderstehlich weiblich sinnlich kraftvoll frau sein dann lade ich dich ein zum kostenlosen online event die wichtigste beziehung die wir haben ist die beziehung zu uns selbst und die beziehung zu uns selbst ist verantwortlich für alle anderen beziehungen die wir haben und genau darum geht es im online event das bedeutet du lernst wie kannst du unwiderstehlich weiblich sinnlich kraftvoll frau sein wie kannst du zum beispiel dein herz heilen wie kannst du raus aus der bedürftigkeit rein in deine kraft kommen thema inneres kind und vieles mehr wenn dich das anspricht sei dabei und am sonntag geht's los und du kannst dich kostenlos anmelden wenn du nicht live dabei sein kannst melde dich trotzdem an dann bekommst du die aufzeichnung ich freue mich schon total auf dich tausend küsse und bis bald